Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10.864 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Langeweile ist für mich ein Fremdwort, denn Spaß und Freude finde ich überall. Langeweile ist für mich ein Fremdwort, denn Spaß und Freude finde ich überall. Bei den meisten meiner Lieder begleite ich mich selbst auf der Gitarre. Die Küche ist aufgeräumt und geputzt. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Kommunikation kann verbal oder nonverbal, bewusst oder unbewusst erfolgen. Kommunikation kann verbal oder nonverbal, bewusst oder unbewusst erfolgen. Kommunikation kann verbal oder nonverbal, bewusst oder unbewusst erfolgen. Die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, ist ein Schlüsselfaktor für beruflichen Erfolg. Die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, ist ein Schlüsselfaktor für beruflichen Erfolg. Die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, ist ein Schlüsselfaktor für beruflichen Erfolg. Meine Kopfschmerzen fühlen sich heute wirklich schlimm an. Meine Kopfschmerzen fühlen sich heute wirklich schlimm an. Kitzeln ist eine Form der Berührung, die bei Babys eine positive Reaktion hervorrufen kann. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020